Hallo, mein Name ist Florian Meier, ich bin 23 Jahre alt, Innenverteidiger und habe gerade ein Jahr bei Roda SC unterschrieben. Ich wurde gut aufgenommen von der Mannschaft und ich freue mich auf alles, was jetzt kommt in nächster Zeit. Die Trainingslage ist natürlich immer anstrengend, aber ich glaube, wir haben Schritte nach vorne gemacht im Training und es war eine gelungene Woche. Ich hatte sehr angenehme Gespräche mit den Trainern, mit den Offiziellen und hatte hier sofort ein gutes Gefühl, habe mich sofort wohlgefühlt und ja, das war dann letztendlich der Grund, warum ich mich für Roda entschieden habe. Wir haben noch einen Deutschen in unserer Mannschaft, Fred Pflücke. Kennst du ihn schon lange? Ja, ich kenne ihn schon mehrere Jahre, wir waren bei derselben Agentur früher und ja, daher kannte man sich schon vorher. Dein alter Verein, Borussia Mönchengladbach, Ruhl Braubos war da ein sehr großer Spieler, jetzt ist er hier Assistent-Trainer. Kannst du viel von ihm lernen, glaubst du? Ja, bestimmt, er war ja die gleiche Position wie ich in der Innenverteidigung. Ja, ich habe ihm schon damals zugeguckt, als Fan damals und ja, natürlich freue ich mich, dass er jetzt hier Co-Trainer ist und ja, ich hoffe, dass ich sehr viel von ihm lernen kann. Ja, ich hoffe, dass ich sehr, 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 sehr,